Hallöchen Leute, willkommen zur fünften Episode und der fünften Mission von Metal Slug X. Ich bin David, ich begrüße euch ganz herzlich zurück in dieser Scharade von Brutalität, vom feinsten SNK Playmore Studio. Ja, der ultimative Kracher damals, 1994 dieses Game, das war die brutalste Art, was man hier zeitgenossenschaftliche Errungenschaften und Brutalität ausleben konnte. Damals war es noch extrem gute Spielegrafik, heutzutage würde man sagen, ist es Retro-Shit. Aber natürlich nicht Retro-Shit so, sondern Retro-Shit von der feinsten Art, weil es richtig noch gut aussehen für die heutige Zeit. Generell auch, wie ich empfinde, dass es auch Super Nintendo-Spiele grafisch gesehen eigentlich noch super aussehen. Also echte Grafik heißt ja nicht gleich besser als Spielspaß. Nein, ich sterbe schon wieder. Oh, super, es war klar, es war klar, das war klar, dass das jetzt so funktioniert, wie ich es will. Danke, erstes ist weg, erstes ist weg. So, du gehst sterben, dass du mir echt nicht auf die Eier gehst, dankeschön. Yo, Granate-King, hier gehen gerade die Errungenschaften bis zum Gegenteil ab. Yo, guckt euch das an, guckt euch das an, guckt euch das an, wie die hier abgehen, gerade wie Schmitz-Katz. Wie soll man da den Überblick finden und da mal überleben? Aber ein paar Schweinchen will ich noch haben, danke. Komm, das ist, das ist ja echt, wie soll man das überleben, bitte? Das ist ja echt katastrophal. Ich will gar nicht wissen, wie es auf Hardcore ist. Yo. Das würde mich echt mal interessieren, wie der Hardcore-Mode abgeht. Da kommen ja bestimmt zigtausend Gegner auf dem Bildschirm zu. Yo, yo, ey, die Granate hat mich doch gar nicht getroffen. Fuck you, Bitch, ey. Drecksack. Geh sterben. Ja, im Tokyo-Coffeeshop würde ich mal gerade auch sagen. So. Obwohl, mir das war die vierte Episode. Jetzt gehen wir ja die Station rein. Oh. Ich vergaß, dass da noch was kommt. Yo, der war aber Nice-One-Jumper in die Hose. Ach, da, da im Baum war doch was. Nein, nein. Oh. Aber Ikel, wo gibt's hier was? Wenn ich mich nicht irre. So, komm. Yo, klar, warum nicht? Warum nicht? Komm, gib mir... Yo. Das ist, das ist geil. Du gehst sterben und kriegst gerade Laser. Wo es gerade sowas von sinnvoll wäre, diese scheiß Kanone zu haben. Aber nee, scheiß drauf. So, danke. Yo, klar. Yo. Yo. Noch einer hat mir auch gefehlt, ey. Und jetzt kommen noch Raketen von der anderen Seite. Komm. So, danke. So. Jetzt muss der erste Zug kommen. Oh, doch nicht. Yo. Wo soll das nur gut gehen hier, die ganze Geschichte? Komm. Es reicht doch. Nein. Da bei der 6 kommen Leute raus. Verdammt, ich hoffe, ich habe es gekackt. Komm. Yo. Da hat man echt gerade keine Chance, bis zu überleben. Geht doch. Ja, super. Und jetzt habe ich alle Leute weg, ey. Das finde ich ja mal wunderbar. Okay, jetzt kommt der Zug. So, den müssen wir natürlich auch aufhalten. Und so schießen, wie es nur geht. Daumen smashen von der feinsten Konsolenart. Oder Automaten-Generation. So. Danke. So, und jetzt. Alter, geh sterben. Geht einfach steben. Und geht mir echt nicht auf die Eier gerade, ey. Yo, da kommt jetzt doch wieder so ein hässliches Flugzeug. Yo, warum nicht? Machen wir es gleich wieder so kompliziert, die ganze Geschichte. Yo, yo, komm, komm. Gib mir eine Waffe. Gib mir eine Waffe. Geht doch. Geht doch. Meine Güte, komm. Ähm. Hallo? Danke. Nein! Und der, ah, der läuft nicht weiter. Komm her. Komm her. Gib mir eine Waffe. Gib mir eine Waffe. Ich brauche eine Waffe. Ja, da kommen jetzt die Waffen. Ist ja umfassbar. Super. Ich komme nicht an die Waffe. Lass mich an die Waffe, du Babsack. Meine Güte. So, komm. Geht einfach jetzt sterben. Kommt der letzte Zug jetzt. Auf. So, reicht's dir? Super. Ich musste meine komplette Ding wegmachen. Munition, ey. Drecksau. Und ich glaube, das war nicht nur ein Zug. Jetzt kommt noch ein Zug, glaube ich, wenn ich mich da drehe. Geht doch, ey. Ich hoffe, das ist der letzte jetzt, ja. Oh, super. War ja klar. Sehr gut. Das lief doch gerade mal wie geschmiert. So soll es laufen. Ah, da, da, da haben wir was. Ah, Gott sei Dank. Ein Hähnchen. Danke fürs Brathähnchen. Dun, 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 dun. Puh. Gravierhand. Ja, die vorletzte Mission schon, wenn man sie so überlegt. Oh, jetzt habe ich schon mal Granaten oder lass mal Handgranate bis zu gehen nicht mehr. So, super. Yo. So, komme ich da dran. Also ich habe die Laserkanone, komm. So, danke. Jetzt will ich die Laserkanone. Komm, mach jetzt. Ja. Yes, geht doch. So, geht doch. Wow. Der. So, gerade so. So, jetzt aber. Jetzt aber. So, komm. Super. Super. Jetzt kann ich schon mal das Ding vergessen. So, komm. Jump. Jump. Raus. So. Ähm, hallo. So, aber so könnte ich es vielleicht noch nehmen. Super. Das bringt mal jetzt auch wieder nichts. So. So, komm. Komm, feier. Feier in the hole. Feier in the hole. Cool. Yeah. Wow, ihr hässlichen Zombie-Freak-Gatten. Und da ist wieder der Nazi-Sturm. Weg mit euch. Yo. War klar. Okay. So, komm. Komm. Ich tue sie jetzt hier alle verschwenden. Bei dieser scheiß Situation mal wieder. So. Jetzt kommt schon der nächste Boss. Yo, warum nicht? Yo, geh schon. Klar, warum? Warum nur? Weil es hier einfach so dumm ist. Ah, guck mal. Da ist doch wirklich noch so ein Teil. So, komm. Hallo? Komm her. So, immer schön drauf ballern. So, komm. Oh, so geht's fein. So, weg. So. Wow, das war knapp. Wow. Ja, war klar, dass mich das mal trifft. So, und jetzt, komm. Wow, das ist fies. So, komm. Raus. Labber nicht. Ist das gerade down gegangen? Ne, doch nicht. Ich hab gedacht, der ist gerade down gegangen. und ich bin sterben gegangen. Nein. Nein. Warum rein? Nicht rein. Das war meine eigene Dummheit gerade. Yo. Komm. Nein, ich treffe es nicht. Warum bewegst du dich so arg, du hässliches Mistfiel. Komm, jetzt auf. Das reicht jetzt. Komm. Komm. What the fuck, das habe ich ja ganz vergessen, dass er das auch mal macht. Komm, wie viel Granate noch? Alter, die letzte Granate. Meine Güte. Ja, da gab's leider auch jetzt keinen Bonus dazu. Also, ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Kurz und knackig, aber es macht Spaß. So, das war's mit heute wieder, Leute. Bis morgen. Euer Davy. Tschüssi. Kofsky. Kofsky.